Ja, mal wieder ich. Ich bin Astrid. Ich bin hier in Kanada und jetzt zum ersten Mal in der gesamten Zeit im Kino. Nach einem Monat. Star Wars steht auf dem Programm und ich bin gespannt. Also es ist schon mal voll. Also auch die ersten beiden Shows, wie es hier glaube ich heißt, waren schon mal ausgebucht. Und das ist also schon mal der Punkt, wo ich jetzt sage, mal gucken, wie es im Kino ist. Ja, 3D IMAX. Ich bin sehr gespannt. Alles klar, so viel erstmal dazu und dann bis bald. Ciao.